Musik Sir Arthur Conan Doyle William K. Stewart 14.12.50 Uhr ab Teddington Der Sherlock Holmes Adventkalender Die Ankunft des Erlöses Gelesen von Rupert Pichler Es war bereits hell, als ich am nächsten Morgen erwachte. Reverend Blake hatte mir ein großzügiges Gästezimmer der kirchlichen Räumlichkeiten von St. Mary zur Verfügung gestellt und so fand ich jenen erholsamen Schlaf, den ich nach den Anstrengungen des Vortages auch dringend benötigt hatte. Ich machte mich frisch, kleidete mich an, endlich war mein gesamtes Gewand wieder trocken und ging in die Küche, wo ich meinen Gastgeber bereits bei den Frühstücksvorbereitungen vorfand. Ah, Dr. Watson, sagte er, während er das Teegeschirr auf den Essplatz stellte. Sie kommen gerade recht, bitte, nehmen Sie nur Platz. Guten Morgen, erwiderte ich, setzte mich und schenkte uns beiden eine Tasse Tee ein. Es gibt gute Neuigkeiten, meinte der Priester betont fröhlich, als er Brot, Butter und Orangenmarmelade an den Tisch brachte und sich zu mir gesellte. Sehen Sie nur! Mit diesen Worten zog er den halbtransparenten, gehägelten Vorhang des Küchenfensters zur Seite und legte den Blick nach draußen frei. Ich staunte nicht schlecht. Die Sonne schien grell durch die Scheibe, der Wind hatte sich gelegt, der Schneefall gänzlich aufgehört. Vom Dach tropfte Schmelzwasser. Ausgelassenes Lachen und Stimmen von Kindern waren zu hören, die draußen im Schnee spielten. Offenbar hatte es über Nacht eine abrupte Wetterumkehrung und einen rasanten Temperaturanstieg gegeben. Was für eine Überraschung! Rasch stand ich auf und ging zum Fenster, um hinauszuschauen. Unglaublich! stammelte ich. Das ist ja ein... Ein Wunder! unterbrach mich der Reverend zufrieden lächelnd. Wie von uns bestellt! Es hat den Anschein, dass uns der Herr erhört hat und dies recht flink. Das ist wunderbar! erwiderte ich erleichtert und setzte mich wieder an den Tisch. Ich werde mich gleich nach dem Frühstück auf den Rückweg nach Twickenham machen. Es würde auch bei gutem Wetter trotzdem ein längerer Fußmarsch sein. Aber nein! widersprach mir der Priester sogleich. Das wird nicht nötig sein. Vorhin, als sie noch geschlafen haben wie ein Murmeltier, war der Stationswart des Bahnhofs bei mir. Er berichtete, dass bereits eine starke Pfluglokomotive von Richmond losgefahren sei, um die Schienen vom Schnee zu befreien. Gleichzeitig arbeitet seit den frühen Morgenstunden eine Schneeräumbrigade am Bahnhof Tellington. Spätestens zum Mittag wird es wieder möglich sein, mit dem Zug nach Twickenham zu fahren. Denn das ist sicherer, bequemer und schneller. Ich wollte schon zustimmen, als mir mein tierischer Begleiter in den Sing kam. Und was ist mit Harry? fragte ich. Mein Gegenüber legte die Stirn in Falten und meinte, Harry, wer ist das? Mein Maultier, erklärte ich. Ich kann ihn doch nicht hier zurücklassen. Der Reverent lachte auf. Ach was, entgegnete er. Sie haben selbst gesagt, sie müssten so schnell wie möglich in die Abtei. Harry kann einstweilen bei mir bleiben. Sollte sich die Schönwetterlage stabilisieren, dann werde ich ihn in den nächsten Tagen persönlich zurück zum Kloster bringen. Bei dieser Gelegenheit kann ich auch Bruder Francis besuchen. Wir haben schon lange nicht mehr über Gott und die Welt gesprochen. Gerne nahm ich das freundliche Angebot an, denn in der Tat stand ich unter Zeitdruck. Das einsetzende Tauwetter erleichterte nämlich nicht nur meinen Weg zur Erlöseabtei, sondern auch der angekündigte päpstliche Delegat würde nun rascher vorankommen und bald im Kloster erscheinen. Holmes wartete gewiss schon ungeduldig auf meine Rückkehr. Ich stärkte mich ausgiebig am Frühstückstisch, denn die Entkräftung des Vortages hatte ich noch keineswegs zur Gänze überwunden. Danach unternahmen Reverend Blake und ich einen Spaziergang durch die Stadt, um die Wintersonne ein wenig zu genießen. Schnell bemerkte ich, dass mein Begleiter ein hoch angesehener Mann war. Alle Menschen, die wir auf den Straßen trafen oder in den Vorgärten grüßten, freuten sich, ihn zu sehen und brachten ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Umgekehrt hatte der alte Priester jederzeit ein aufmunterndes Wort parat oder sogar einen Scherz im Repertoire. Unter anderem fand er Spaß daran, da ich ja immer noch die Mönchskunde trug, mich überall als Bruder John vom Franziskanerorden vorzustellen, wobei ich wohl oder übel mitspielen musste. Er tätschelte Kindern den Kopf, streichelte Hunde und kam mit jedermann gut zurecht. Sei es Bürger oder Arbeiter, Mann oder Frau, alt oder jung. Was für ein Widerspruch war dies, gegenüber der bedrückenden Stimmung in der Erlöserabtei. Kurz vor der Mittagstunde brachte mich Reverend Blake schließlich zum kleinen Bahnhof der Stadt. Wir verabschiedeten uns voneinander und ich stieg in den Zug, der mich binnen 30 Minuten nach Twickenham bringen würde. »Ich hoffe, Sie überführen den Täter«, rief mir mein neuer Freund am Bahnsteig stehend zu, als die Waggons zu rollen begannen und ich aus dem geöffneten Fenster blickte. »Und ich bete dafür, dass Mariah noch am Leben ist.« Der Zug nahm Fahrt auf und rasch schließen wir Tellington hinter uns. Bei leicht verminderter Geschwindigkeit gegenüber dem Normalbetrieb, aber doch mit erheblichem Tempo, schlängelten wir uns auf der geräumten Trasse durch die aufgetürmten Schneeberge links und rechts davon. Im Gegensatz zum Hinweg konnte ich nun die malerische Winterlandschaft in aller Ruhe betrachten. Und erstmals, seit wir London verlassen hatten, stellte sich bei mir wieder ein wenig Weihnachtsstimmung ein. Mit kaum nennenswerter Verspätung erreichten wir nach lediglich 35 Minuten den Bahnhof von Twickenham. Voller Tatendrang sprang ich aus dem Zug und machte mich auf den Weg zur Anhöhe am Ortsrand, auf der vor geraumer Zeit die festungsartige Abtei errichtet worden war. Ich kam schnell vorwärts, da die Hauptverkehrswege vom Schnee bereits geräumt oder zumindest planiert worden waren. Die letzte Steigung vor dem Klostertor nahm ich beinahe im Laufschritt. Ich klopfte energisch an die Tür und wurde von Bruder Salvatore, dem aus Sizilien stammenden Mönch, eingelassen. Benvenuto, Fra Giovanni, sagte er mit einem freundlichen Lächeln. Ich erwiderte den Gruß, jedoch nicht in italienischer Sprache und machte mich sofort auf die Suche nach Holmes. Es war zugegebenermaßen keine besondere Schwierigkeit, meinen Freund zu finden, denn er hielt sich immer noch im Speisesaal auf, obwohl das Mittagessen seit bestimmt einer Stunde vorbei sein musste. Er war allein, saß mit dem Rücken zum Eingang und blätterte in der dicken Klosterchronik, die ich schon früher in der Bibliothek gesehen hatte. Während ich noch überlegte, mit welchem Satz ich Holmes überraschen sollte, kam er mir zuvor. Watson, da sind Sie ja endlich, rief er, ohne sich umzudrehen. Ich ließ mich auf dem Platz ihm gegenüber fallen und erwiderte, Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Holmes blickte nicht auf, sondern blätterte weiter in der Chronik. Wussten Sie, begann er unvermittelt zu erzählen, dass diese Abteil im Zuge der Glorious Revolution heftig umkämpft war? Offenbar war dieser Umsturz doch nicht ganz so unblutig, wie unsere Historiker gerne behaupten. In dieser Zeit hatte man hier anscheinend Geheimgänge und versteckte Fluchträume angelegt, um sich im Falle einer feindlichen Eroberung zurückziehen und verbergen zu können. Schließlich standen die Katholiken mit König Jakob auf der falschen Seite. Sehr interessant, entgegnete ich, und ich halte sie ja nur ungern von ihrer gewissenhaften Geschichtsforschung ab. Aber wenn ich mich nicht sehr täusche, dann hatten wir bei meiner Abreise noch einen Fall aufzuklären, »Das wird doch in der Zwischenzeit nicht obsolet geworden sein, nicht wahr?« »Keineswegs, treuer Freund,« bestätigte Holmes, während er den dicken Band zuklappte und beiseite schob. »Was bringen Sie denn für Neuigkeiten aus Tellington?« Um das Ganze nicht zweimal erzählen zu müssen, versicherte ich mich zunächst noch bezüglich Lestrads Verbleib. »Wo ist eigentlich der Inspektor?« »Ach, der ist gerade unabkömmlich,« antwortete Holmes. »Er hilft den Mönchen beim Schneeschaufeln im Innenhof. Ich hielt diese unterstützende Mitarbeit für angebracht, und Lestrads schaltet ein wenig körperliche Ertüchtigung an der frischen Luft auch nicht. Also nun, Watson, was haben Sie herausgefunden?« Ich quoll über vor Wissen, doch wusste ich nicht so recht, wo ich anfangen sollte. Holmes bemerkte mein Zögern und fixierte mich mit scharfem Blick. »Ja, was denn nun? Ich warte zwar ohne die schon seit über 30 Stunden,« meinte er, »aber jetzt wollen wir es dann doch genug sein lassen.« Ich sortierte nochmals rasch meine Gedanken und begann folgendermaßen zu berichten. Zunächst wird es sie freuen zu hören, dass ihre Vermutung bezüglich des Aufenthaltes von Simon Taylor auf einem deutschen Handelsschiff völlig zutreffend war. »Daran bestand wohl nicht der geringste Zweifel,« warf Holmes ein, doch ich ließ mich nicht aus dem Konzept bringen. »Ich traf in der anglikanischen St. Mary-Kirche zu Tennington,« setzte ich fort, »den zuständigen Priester, Reverend Thomas Blake, der dort schon seit Jahrzehnten im Amt sein dürfte. Ihm ist oder vielmehr war die Familie von Simon Taylor gut bekannt, und er wusste einiges aus ihrer Vergangenheit zu berichten. Die Verhältnisse waren trist und ärmlich. Der Vater ging fort, als der Junge noch ein Kleinkind war. Einige Zeit darauf gebar die Mutter noch eine Tochter, Mariah, wobei kein Vater angegeben wurde. »Eine jungfräuliche Geburt,« scherzte Holmes. »Wie weihnachtlich!« Abermals ignorierte ich die Bemerkung und nahm den Faden wieder auf. Als Simon 16 Jahre alt war, erzählte ich weiter, verstarb die Mutter unerwartet. Die beiden Jugendlichen wurden quasi über Nacht vollweisen. Mit lediglich einer kleinen Landwirtschaft war die soziale, finanzielle Situation permanent äußerst prekär, »Weshalb sich Simon zu dem bekannten Engagement auf einem Handelsschiff entschloss.« Als er nach zwei Jahren zurückkehrte, war seine Schwester jedoch verschwunden und bald darauf ging auch Simon wieder fort. Soweit die Auskunft des Priesters, der zudem den Verdacht äußerte, dass Simons letztlicher Eintritt ins Kloster dessen Antwort auf die fortlaufenden Familien und Lebenstragödien war. »Immerhin«, attestierte Holmes, »das ist endlich solides Hintergrundwissen und eine gute Basis für unsere Ermittlungen. Gehe ich außerdem recht in der Annahme, dass auf dem Porträt aus der Bibel die verlorene Schwester von Bruder Emanuel zu sehen ist?« »Ganz recht«, bestätigte ich. »Das Bild zeigt Mariah Taylor. Doch das ist noch nicht alles, was ich herausgefunden habe. Mit Unterstützung des Reverends, der überaus hilfreich war, konnte ich auch das verlassene Haus der Familie Taylor in Augenschein nehmen und dort wurde ich schlussendlich auf entscheidende Weise fündig. Unter seiner Matratze lag Simons Tagebuch. Ich zog das Heft hervor und präsentierte es triumphierend. Holmes verweigerte jedoch die Annahme und erwiderte »Sie wollen es mich doch nicht jetzt lesen lassen. Los, los, sagen Sie mir schon, was drinnen steht.« »Darin befinden sich Simons Gedanken, Erlebnisse und Pläne«, erklärte ich. »Vom Zeitpunkt seiner Rückkehr nach England bis zum Eintritt ins Kloster, als er zu Bruder Emanuel wurde, respektive knapp davor.« »Nach einiger Zeit der Niedergeschlagenheit«, begab er sich auf die Suche nach seiner Schwester. Übrigens mit gar nicht so dummen Ermittlungsmethoden. Dazu zählte beispielsweise die Anfertigung des möglichst genauen Porträts, denn er musste ja durch Befragungen herausfinden, wo Mariah zuletzt gesehen worden war. Zwar konnte ihm in Tellington niemand sagen, wohin seine Schwester gegangen war oder vielleicht gegen ihren Willen verschleppt worden war, doch fand er schlussendlich einen wanderten Klingenschärfer, der glaubwürdig angab, sie im Zuge seiner Arbeit an einem anderen Ort gesehen zu haben. Die letzte Eintragung in Simons Tagebuch beinhaltet die kühne Absicht, an genau diesen Ort zu gehen. »Und wo ist dieser Ort?« fragte Holmes. »Er ist hier«, antwortete ich. »Es handelt sich um die Erlöserabteil zu Twickenham.« »Erlöserabteil